Komm, Digger. Peace, Leute. Was genau, herzlich willkommen hier auf dem Video. Ah, Scheiße. Warte, warte. Komm, Bernd, zieh durch. Erstes Video ist scheiße geil. Warte, warte, okay. Wollen wir jetzt noch mal von euch? Nee, nee. Ey, was, Alter? Leute, ähm, heute wird Arthus mir Skate niederbringen. Und ich bin ganz ehrlich, ich muss euch vorbereiten. Also, es wird schon hart struggled. Ey, Bro, Bro, Bro. Für den Anfang nicht an der Achse anfassen. Warum nicht? Macht man einfach nicht. Einfach nicht machen, okay? Ja, so sieht's schon besser aus. Ja, ja, auf jeden. Okay, Push als erstes Mal. Mal gucken, wie Peter überpusht. Ja, das sieht schon gut aus, so fürs erste Mal. Wie lange fährst du jetzt, äh, Skateboard? Boah, ich bin zweimal von dir zu Rewe gefahren, das ist nicht so lang. Okay, also du bist Einfänger. Ja, safe, safe, safe. AJ wurde ja schon auf meinem Kanal auseinandergenommen. Ja, mein Ellbunk tut immer noch weh. Okay, glaubst du, Peter wird das besser hinkriegen als du? Hm, hoffentlich. Ich gönn's ihm. Ja, ich gönn ihm auch. Ich gönn aber auch dir, Digga. Danke. Kein Ding. Ich gönn dir auch, Bruder. Auf jeden. So lustig. Alter. Du kannst nicht mehr drauf stehen. Okay, also du fährst so, aber willst mit dem linken Fuß ziehen, ne? Ja, genau. Und ich will mit dem linken Fuß aufgeben. Ja, ne, ne, ne. Eins musst du aufgeben. Aber Digga, ich bin mit springen, bin ich so rechts so überfordert. Ich glaub, ich mach links, ja, ich mach rechts hinten, Digga, links vorne. Er fährt auf jeden Fall regular, Leute. So wie ich auch. Oh, jetzt hab ich mal Olli raus. Okay, also. Genau, hinten runterdrücken und mit dem Fuß so nach oben ziehen. Passt die Position denn so? Also, ja, das sieht gut aus. Aber den Fuß so, dass du mit den Zehenspitzen richtig auf dem Deck bist, auf der Mitte. Achso, so, also. So. Ja. Probier mal. Alter. Oh mein Gott, der kam direkt in die Luft. For real, erster Try. Kann ich nochmal probier? Ich probier direkt nochmal, warte. Okay. Hä? What? Bro. Ey, Digga, krieg ich auch eine? Ja. Okay. Du bist doch selbst schon mal skated, oder? Nein. Hä, was? Hä? Noch mal was? Ich hab einmal auf dem Huf meiner Oma geskated. Das war vor, keine Ahnung, 10 Jahren, oder? So, ehrlich. Das war ein Tag. Das war total. Boah. Wenn du es schaffst einen Oli zu machen, dann geb ich dir das hier. Komm, Digga. Jo, Jo. You good, Bro? Sch***, Alter. Alles gut? Ja, ja, safe. Er hat nochmal Glück gehabt mit dem Deck. Mir rollt das immer so richtig da rein. Oh, meine Brust, Digga. Boah, ich glaub' ich hab mir irgendwas gezerrt oder so. Keine Brust. Sch***. Oh nein, direkt gemauelt, ey, du isst die nächste? You good, bro? Ey, du hast schon alle aufgegessen. Gar nicht. Du hast schon alle aufgegessen. Eben gerade am Skatepark. Er sagt so, Peter, du kannst einen haben. Ich so, ja, ja, ich nehm später. Und dann, bumm, bumm. Es sind nur sechs drin. Guten. Alter. Hä? Digga, er ist besser als du. Ich glaub auch, Alter. Bruder, warte, ich will nicht schaffen, okay? Ich hab mich so erschrocken. Aua. Mein Arm, Digga. Ey, you good? Alter. Egal, lass noch mal. Hä, Digga, das ist Potenzial, du bleibst auf dem Deck. Ich weiß nicht, ob ich weiter nach hinten muss, Digga. Nee, musst du höher springen einfach. Jetzt schafft Peter ihn, den perfekten. Oh, Jo, Jo. Bro, er hat dich hups genommen. Ja, ganz einfach. Okay, wollen wir machen, wer einen höheren Olli macht jetzt? Bestrafung? Oh, ja. Okay, wir machen jetzt alle drei einen Olli. Ich muss ihn switch machen, weil sonst, das ist unfair. Ich muss mit dem anderen Fuß den ziehen. Also, ich muss mich... Ja, ich bin dich noch eine der leichtesten Übungen. Ja, ey. Hör, ey, du bist richtig bescheißen. Es ist sowieso easy für ihn. Es gibt einen Verlierer und der muss auf jeden Fall irgendwas machen gleich, okay? Ja. Okay, jeder hat jetzt einen Versuch. Wenn er verkackt, hat er Pech. Let's go. Dann fangen wir an, Peter. Soll ich anfangen, warte, warum ich? Ja. Ist das nicht dein Kanal, Bruder? Okay. Aber nicht im Fahren, oder? Muss das im Fahren? Nee, kann beides sein. Ja, ist ohne, ne? Ist ohne, auf jeden. Peter, die Kamera ist hinter dir, ne? Ey, ich wollte zu viel. Du musst ihn nur schaffen, Digga. Du musst auch falsch rum, einfach. Ist in Ordnung. Packst du nicht. Ey, Bestrafung wäre ganz hart für mich, wirklich. Ganz, ganz. Hey, Jill, ready? Ready. Let's go. Oh, haha. Aufmerksam. Okay, ich nochmal für den Flex. Oh, langweilig. Hey, Digga. Hihi, komm mal her. Nein. Er hat irgendwie kackt am Rücken. Ey, nein. Oh, Digga. War das Hundesche... Ja, Digga. Nein. Doch, doch, das... Ist das Hundesche... Du verarsch mich, Digga. Ist nur Erdo, oder? Lass mich kurz riechen. Riech mal. Oh, ja. Nein. 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 Du verarsch mich. Du hast Hundekack voll über den Rücken. Digga, bei dem T-Shirt. Alter. Ey, nein, Mann. Dann kann ich das ja ausziehen. Hey, Peter, Peter. Beruhigen wir uns erst mal. Ey. Das ist keine Hundekack. Ey, Mann, nein. Ich hab's halt ehrlich nicht gecheckt, so, ne? Ey. Warte, wer ist jetzt der Verlierer? Peter oder du? Peter. Peter, okay. Peter, du ist Verlierer. Nein. Nein. Komm. Komm. Bro, du musst die Bestrafung annehmen. Ich wusste vorher nichts von der Bestrafung. Nein. Okay, reicht. Nein, nein, nein. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Äh, auf jeden Fall. Ciao.